Guten Morgen! Vermiss euch! Diese drei sind volumengleich. Es gibt einen Trick, der funktioniert immer. Den haben wir hier drüben auch schon gemacht. Je nachdem, wo der Schütze steht, ist dieser Winkel natürlich anders. Wie muss der Winkel sein, damit die Entfernung am kürzesten ist? X-Coder hat das 5x plus 14. Okay, danke! Das ist eine typische exponentielle Kurve. Gesund und lustig und fröhlich bleiben. Geht für eure ganze Familie. Ist gut, bis bald. Ich freue mich schon darauf, euch wiederzusehen. Binnen und Stengel